Weiter geht's im Library Music ABC mit einer Folge speziell für Content-Kreatoren da draußen. Wir nehmen uns im Buchstaben W, nämlich den werblichen Charakter vor. Das ist der Charakter, der über alles entscheidet bei der Musiknutzung. Warum das so ist, das erfährst du nach dem Intro. Ob euer Video einen werblichen Charakter hat oder nicht, ist entscheidend bei der Musiknutzung. Denn der werbliche Charakter gibt vor, was für eine Art von Lizenz du eigentlich brauchst. Ihr kennt das vielleicht, wenn du jetzt ein Content-Creator bist, von den einzelnen Social-Media-Plattformen. Wie zum Beispiel auf TikTok hast du ein Musikarchiv zur Verfügung und da steht relativ klar privater Gebrauch, kommerzieller Gebrauch. Und die Frage ist, was ist eigentlich ein kommerzieller Gebrauch und was ist ein privater Gebrauch? Und das ist nämlich ein extrem schmaler Grad. Denn man könnte zum Beispiel meinen, dass ein privater Gebrauch alles ist, was unterhaltsam sein sollte. Also zum Beispiel ein witziges Video, wie deine Katze gerade aus der Dose isst. Ich weiß jetzt nicht genau. Also alles, was sozusagen unterhaltsam ist. Aber das Problem ist, dass man natürlich eine Musiknutzung auch im Gesamtkontext sehen muss. Bist du ein Content-Creator mit 20.000 Followern, der regelmäßig Werbung auf deinem Kanal macht für Produkte, dann ist selbst das Video, was einem reinen Unterhaltungszweck dient, eine kommerzielle Nutzung. Denn du stärkst damit dein kommerzielles Profil, dein Unternehmensprofil. Und ein Teil deines Unternehmens ist es, zum Beispiel zu unterhalten. Wenn du bist zum Beispiel ein Influencer, der viel Comedy-Videos macht und davon aber lebt, dass du Partnerschaften hast, Werbepartnerschaften, dann ist auch ein Video, das keine direkte Werbebotschaft hat, ein kommerzielles Video. Es ist eine kommerzielle Ausnutzung. Das ist total wichtig zu verstehen. Wenn man das jetzt aufs Kleinste runterbricht, ist es so, wenn du zum Beispiel der Besitzer einer Music Library bist, wie ich das bin, und du erzählst was über das Library Music ABC, dann ist das erstmal etwas Bildendes. Aber natürlich hat das auch immer was Werbliches, weil ich natürlich selber versuche, das Thema zu pushen mit einer Marke im Hintergrund. Und auch hier ist es immer eine kommerzielle Nutzung am Ende des Tages, wenn ich Musik verwende. Und warum das so wichtig ist, ist folgendes. Jedes Mal, wenn du da natürlich Musik verwendest, musst du natürlich die Nutzungsrechte daran haben. Und in dem Fall musst du das Syncrite erwerben. Und ihr kennt es vielleicht schon aus einer der ersten Folgen dieses Podcasts, wo ich über das Thema TikTok und über die Verwendung von Musik auf TikTok spreche. Es ist extrem wichtig, dass du da safe bist, weil wenn du zum Beispiel ständig einen Titel benutzt, der nicht lizenziert ist, dann wird irgendjemand kommen, irgendwann mal, wenn er das mitbekommt, und sagt, hey, du benutzt da was von mir, das ist gar nicht lizenziert. Ich möchte gerne nachträglich von dir, dass du das lizenzierst. Und nachträglich bedeutet immer, hört euch dazu nochmal die Folge Syncrite an, nachträglich bedeutet immer einen extrem hohen Kostenaufwand. Es ist immer besser, vorher alles zu klären. Und genau das Gleiche gilt übrigens für jegliche andere Content-Produktion. Selbst wenn du zum Beispiel ein Streamer bist, der Let's Plays veröffentlicht und die In-Game-Music ersetzen willst durch eine andere Musik, dann ist genau das Gleiche die Frage immer, steckt da ein kommerzielles Interesse dahinter? Und in den meisten Fällen, ich sage in den meisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, in den meisten Fällen wird irgendeine Art von kommerzielles Interesse dahinter strecken, gerade wenn die Follower-Zahlen größer geworden sind. Denn wir leben nun mal in dieser digitalen Ökonomie, wo man mit Inhalten, auch mit unterhaltsamen Inhalten, Geld verdienen kann. Und immer dann ist es eine kommerzielle Nutzung. Deshalb ist es so extrem wichtig, das zu verstehen, wenn du Inhalte produzierst und Musik verwendest. Denn man könnte ja schnell meinen, dass etwas, was unterhaltsam ist, privat ist, dass das keine Lizenz bedürfte, aber es bedarf halt genau dieser Lizenz. Deshalb ist es so essentiell, dass du dir einen vernünftigen Musikpartner an die Seite holst, der dich auch in solchen Fragen unterstützen kann, bei dem du ein breites Angebot an Musik bekommst, was du ideal für deine Inhaltsproduktion, vor allen Dingen aber auch auf allen Plattformen einsetzen kannst. RipQ wäre da als traditionelle Music Library eine Möglichkeit, aber es gibt natürlich auch GEMA-Freier-Anbieter, Royalty-Free-Music-Anbieter. Den Unterschied zwischen diesen einzelnen Anbietern erfährst du in der Folge Royalty-Free-Music GEMA-Freier No Problems und auch in der bereits erwähnten Folge über die Musiknutzung auf TikTok. Wenn du Fragen zu einem dieser Themen hast, schreib mir einfach über deine präferierte Social-Media-Plattform. Du findest mich überall, ob auf LinkedIn, TikTok, Insta, Facebook. Und apropos präferierte Plattform, lass mir eine Bewertung auf deiner präferierten Podcast-Plattform. Das würde mich mega freuen, denn wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Folge W des Library Music ABCs hier im Podcast Musik im Hintergrund. Der Podcast über die verrückte Welt der Library Music. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns morgen wieder und dann lassen wir den Yeti los. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit und keep ripping! Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit. Vielen Dank.